Grüß euch gut miteinander. Da können sie sich vorstellen für eine Bürofachkraft. Der Seppl und der Jogl. Haben sie eine Firma gefunden. Zuerst haben sie einen Termin ausgemacht. Nach zwei Tagen sind der Seppl und der Jogl wieder gekommen. Zum Bewerben für eine Bürofachkraft. Der Seppl und der Jogl sagen den Chef gleich. Wie hoch ist mein Geholt? Sagt der Chef drauf. Vor Anfang 2000 Euro und später mehr. Na gut, hat der Seppl und der Jogl gesagt. Dann kommen wir etwas später. Für dich.